Musik So, Hallöchen, willkommen zurück im Blackgate-Gefängnis. Ja, das haben wohl die Insassen übernommen, würde ich so schätzen. Und natürlich... Ja, sollte mir, sonst macht es Platz schon, wir sind gut. Gut. Hm, schön oben bleiben, Betsy. Das könnte sonst verdammt wehtun. Hm. Ach, da geht's hoch. Was seht ihr? Wenn man die Augen nicht aufmacht, dann sieht man nichts. Bis jetzt scheint der Weg ja ganz simpel zu sein. Oh, der schaut K.O. aus. Ah, somit ist der Strom weg. Oh, die schauen alle ein bisschen fertig aus hier. Wer hätt's gedacht? Unser, ach so tolles Bötchen. Dann komm, zieh an jetzt. So, ab nach oben. Hey, der hat's gerade ein bisschen geleckt, aber ich denke, das war wegen dem Speicher. Wenn ich mit dem ferngesteuerten Batarang die Stromzufuhr zum Generator herstelle, kann ich den Wasserstand erhöhen. Hm, hm. Ich kann den Wasserstand in der Schleuse erhöhen, aber dafür braucht der Pumpengenerator zuerst Strom. Ah, okay, ich seh schon, was ich machen muss. Er sagt, der ferngesteuerte Batarang. Wann kommt jetzt ein ferngesteuerter Batarang? Ach, daneben. Auch nicht. Ach, komm. Muss ich das Ding jetzt hier im Kreis drehen, bis der Strom wiederkommt? Hallo? Hallo? Ach,ируh! Oh, nein. Danke. Kann ich jetzt so oft machen bis der Strom kommt oder was? Ich hab da nur ne leise Vermutung Na, so geht's natürlich auch So, und nun? Ah, ich versteh schon Bauen wir uns ein neues Floß Ziehen uns an die Wand Das war richtig kombinieren jetzt, ey, Wahnsinn Ich weiß schon mal, warum ich Batman spiele mag Das ist einfach nur ein Licht, okay 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 Und da hat's Platz gemacht Ach, verdammt Warum kommt das immer bei mir? Ja Ja, weiter geht's Ich tu dir schon weh, keine Sorge Ach, der Joker wieder Ich mein Weihnachtsgeschenk Abend Lebendig Wunder 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 Sieht aus, als wäre wer denn es als bei früh zu unserem Raum irgendwo aufgetaucht Beschäftig ihn bitte, bis ich hier alles hergerichtet habe, ja? Ich sag die Wahrheit Wenn er was bekannt wird, würde dir den Fokus nie gehen Halt die Zeit, der Loser, sonst polier ich sie dir So Schießen Sie mich doch einfach Ich glaub, ich werde dich erst leiden lassen Es sei denn Ich werde eine Polizist werden sollen Dann werde ich sie gar keinen Halt kriegen, während ich hier verwirbeln werde Wem ist danach Weihnachtslieder zu sehen? Jemand? Gehen wir da raus? Oder gehen wir da raus? Hinten! 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 Genügend Öffnungen eigentlich vorhanden, aber naja, schauen wir mal Hinten! Es sind dumme einige zu... Ich habe zwar die Zellen machen lassen, das nicht passiert denn heute nicht! Hä, was haben wir denn da? Ok Hinten! 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 Ja, wir sind weg! Wenn ich ihn nicht sehe, kann ich ihn auch nicht abschalten! Ich bin okay! Und verleere ihn nicht wieder! Bekommt ihr Jungen denn da nicht genug zu essen? Nicht genug Spaß? Wie sollte sich eure Inkompetenz denn sonst erklären lassen? Puh, der Tier ist nicht mehr unterbrochen! Was ist denn er? Wie jetzt? Die Wand ist auf ihn gefallen! Ich muss hier rechnen, bevor er mich aufklingt! Was hat er überlegt? Wir können nichts für ihn tun. Wir müssen auf uns selbst achten. Versteckspielchen, was? Sind wir hier im Kindergarten? Lass dir mit ihnen Zeit, Batman! Ach, du bist... Merkst du dich nicht auf, wo all die Typen enden werden? Ich meine, im Black geht es gegenüber! Glaubst du wirklich, dass die alle in die Polizeirevire passen? Ja, unsichtbar bin ich nicht, aber ich bin gut! Ich will es einfach nur noch nach Hause schaffen! Ich habe heute noch jede Menge Leute zu tröten! Ach! Oh Mann, es steckt echt in der Scheiße! Wir müssen ihn rauslocken! Wir müssen ihn rauslocken! Jemand eine Idee? Hör zu! Er wartet darauf, dass wir fehlen... Er ist da vorne! Er ist da vorne! Er ist da vorne! Hallo Joker. Halte den Joker auf. Hab ich vor. Das wird in dieser Stadt noch tun, um voranzukommen. Erledigt den Freeze! Hier drüben! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Los 5-19-2022 Wir müssen den Kampfmann picken – sucht überall! Fremdmänner kann keinen von euch nicht halten! So gierig wie ihr ist, bei der fündchriftliche Reste! Okay, come for that, okay? Keine Waffen. Wir kämpfen. Oder wir stehen. Mit ihr anordnen, da will ich nicht. Die Helfer, wir mussten in der Nähe sein. Findet die Hinsicht. Ups, sagt uns anfeuern. Hältung in Konzern. Mario? Wie auf jeden Fall. Tja, da unten ist nichts. Hey! Ich hab alles mit dir gerichtet, Batman. Also beeil dich noch ein wenig. Ist der Typ etwa unsichtbar? Ich bin in die Mitte. Ich bin in die Mitte. Ich bin in die Mitte. Aber ich habe einen Stockplatz. Okay, das kann sein, dass das eine absolute Fail-Runde wird, Leute. Und ich sag dann jetzt schon mal sorry. Hm. So viel Spaß, du Arschloch. 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 So richtig. Schießen Sie mich doch einfach. Ich glaube, ich werde hier bleiben lassen. Kalt. Kalt. Wem ist danach Weihnachtsreder zu sehen? Jemand? Nein. Oh, ja, konnte man typen der Kugel zu passen, oder? Wo die Leicheablagen? Das ist nicht alles so kompliziert. Schatzjob. Immer Befehle von egomanischen Pappenhasen verfolgen. Gut. Zagt unserem Freund wie die gute Nacht? Oder war das du? Barrio? Hahaha. Ha, 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 ha. Eee, auf dem. Oh. Hey! Oh, ja, putz! Ah! Ich kann sein, was ich geliehen, was? Oh. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Hey! Hey! Oh, ja. Jetzt kommt auf! Let's go! Oh. My power inCrystal! Flug weiter! ... Oh, ja. Also komm. Oh, denn da will ich nicht mehr. Hier etwa. Der muss in der Nähe sein. Findet ihn endlich. Wie kann aus so einem kleinen Heil so ein Krach kommen? Oh, Mist! Ich bin da rüber! Ich bin da rum. Wurschtet. 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 So, ihr pissell. Seid ihr dann alle fällig. Oh Mann, das ist übel Hab dich Was haben wir denn davon noch? Noch drei Handel Einer an, mein Ritter ohne Furcht und Tadel Ich sollte nach den Geiseln sehen Alles in Ordnung Was kümmert Sie? Sie wurden fast ermordet Oh, gehört zum Berufsrisiko Hören Sie, ich weiß warum Sie hier sind Er ist im Panopticon Und er wartet auf Sie Bleiben Sie hier in Sicherheit Die Polizei wird bald eintreffen Okay, bitte halten Sie den Joker auf Nur Sie können das schaffen Ja, jetzt bin ich wegen dieser Fehlerei fast wie über die Zeit Egal, machen wir schon irgendwie Der Mantel ist total im Arsch Wo, ja wo ist meine Fledermaus hin? Oh Mann, sie ist ein Sein Röntgen, sein Klick Sein Tricks, der Blick Ich verfehlst du beim Heim Lass dich mal Lass mich mal Lass mich mal Lass mich den Stöcke Lass mich mal Lass mich mal Lass mich mal Lass mich mal Hmm. Das hört sich doch gut an. Schnelles Ausschalten. So, das riecht mir hier nach Falle, aber wir gehen noch weiter. Oh, guck mal. Kennen wir doch. Wenn man meine Zeit verschwendet. Mich töten zu wollen war eindeutig Zeitverschwendung. Nun, deswegen musst du keine Angst mehr haben. Es sei denn, ein anderer bietet 50 Millionen Mäuse. Ich hatte keine Angst. Mhm. Mhm. Ja. Oh, was wollte ich schon immer mal haben? Oh, was wollte ich? Ich bin hier. 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 Au, da klatscht mich hier an die Wand. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich schlag dir das Hirn auf dem Schädel. Lass mich los. Okay, das war als ein Fail und jetzt ist es auch schon die Folge wiederum. Bis zur nächsten Folge. Oh, und dabei hatten wir doch gerade so viel Spaß. Und raus. Un juez- Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020